Mein Name ist Christian Gottwild. Ich bin Standortleiter bei S&T Regio.com Halle und Dessau. Heute zeige ich Ihnen den Standort Halle. Unser Standort wurde 2001 in Halle-Saale gegründet und der Firmensitz befindet sich seit 2004 in dem historischen Gebäude der Halle-Lohren Schokoladenfabrik. Hier befinden sich 220 Arbeitsplätze auf ca. 2270 Quadratmetern. Wir beschäftigen derzeit 170 Mitarbeiter, wovon 63% in Vollzeit und 37% in Teilzeitbeschäftigung ihre Arbeitsleistung erbringen. Unsere Mitarbeiter verfügen aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit über ein breit gefächertes Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen und runden damit das Anforderungsprofil für unsere Auftraggeber ab. Wir erbringen am Standort den Service in den Branchen Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Energieversorgung. Unsere Mitarbeiter stehen derzeit und je nach Projekt an 7 Tagen die Woche in der Zeit von 8 bis 22 Uhr für die Klärung der Kundenanliegen zur Verfügung. Mit vielen unseren Auftraggebern blicken wir auf eine langjährige Partnerschaft zurück. Aktuell sind wir für fünf Auftraggeber tätig und bilden zwei zusätzliche Kampagnen ab. Wir freuen uns auf Sie als Auftraggeber.